Michelle liebt ihre Babysitter wirklich. Sie langweilt sich nie mit ihnen. Wahnsinn, was für ein Knaller. Sieht aus, als hätte sich jemand frisch gemacht. Ich weiß, wir brauchen einen Babysitter. Michelle wird so glücklich sein. Bist du sicher? Aber natürlich, immerhin ist sie so einsam. Also gut, aber wen sollen wir auswählen? Ich denke, die Softnanny ist perfekt. Sieh sie dir an. Sie ist ein Engel. Ist das dein Ernst? Natürlich meine ich das. Niemals. Meine Version ist definitiv besser. Ein E-Girl. Das ist ein tolles Vorbild. Ein tolles Vorbild? Das glaube ich nicht. Aber was sollen wir tun? Wir müssen jemanden aussuchen. Schatz, wir sind schon spät dran. Na gut, wir nehmen beide. Sie können eine Probezeit machen, um zu zeigen, wer die Beste ist. Du wirst sehen, sie werden mich nehmen. Hey, was ist denn hier los? Zwei Babysitter? Hm, lecker. Willst du mal probieren? Komm schon, Mund auf. Ups. Oh nein, was mache ich jetzt los? Michelle, was soll ich tun? Hm, Erdbeere? Das ist okay. Wir bringen das gleich in Ordnung. Halt still. Voila, was denkst du? Magst du es? Es ist ein Albtraum. Ich sehe aus wie eine Puppe. Nein, viel zu niedlich. Hör auf damit. Es steht dir gut. Du bist so ein süßer Pratz. Was ist denn hier los? Igitt, warum trägst du das? Zieh dich sofort um. Das ist inakzeptabel. Nun, das ist besser. Hm, ich mag es. Es hat etwas Cooles. Das geht nicht. Zu viel Schwarz. Das ist ganz falsch. Hör nicht auf sie. Du siehst toll aus. Du bist ein schlechter Einfluss. Und du bist super langweilig. Das finde ich nicht. Schau, ich bin fertig. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin fast fertig. Okay, es ist fertig. Wahnsinn. Was für ein schöner Schmetterling. Warte, ich habe eine Idee. Ein TikTok-Filter. Na bitte, es hat geklappt. Wow, echte Schmetterlinge. Wie hast du das gemacht? Was ist denn hier los? Warum sind hier so viele Insekten? Es ist schon viel besser. Hey, was hast du getan? War auch zu jammern. Schau dir mein Tattoo an. Das ist fantastisch. Ich will auch eine. Genau hier. Was? Eine Tätowierung? Die ist ja furchtbar. Guten Tag, wir brauchen ein Tattoo. Einen Schmetterling. Genau hier. Mach dir keine Sorgen. Ich bin ja da. Hast du dir eins ausgesucht? Ja, natürlich. Ich denke, das hier wird super aussehen. Hm, wie alt bist du? Nein, das ist nicht möglich. Hm? Aber es gibt eine Lösung. Ein temporäres Tattoo. Los geht's. Du kannst gucken. Was ist das? Es ist so kindisch. Ich hasse es. Komm wieder, wenn du älter bist. In der Zwischenzeit, geh spielen. Hm? Hm, das ist süß. Danke. Hey, pass auf. Ich glaube, ich stecke fest. Ich kann das nicht mehr halten. Bitte holt mich hier raus. Oh, das ist so gefährlich. Eine Tee-Party ist viel besser. Niedlich und ganz und gar nicht gefährlich. Und man kann gleichzeitig die Regeln der Etikette lernen. Ja, es macht keinen Spaß, imaginären Tee aus winzigen Tassen zu trinken. Komm schon, Michelle. Nimm etwas Kuchen. Oh. Hm. Sieht aus, als käme ich gerade rechtzeitig. Was machst du denn hier? E-Girl, endlich. Bitte rette uns. Lasst uns die Party beginnen. Alle tanzen. Hm, die Musik ist schön. Oh nein, was habe ich nur an? Es ist zu viel. Ich habe genug. Ich haue hier ab. Hm? Obwohl, dieser Song ist cool. Hör auf damit, Softgirl. Wow. Dieser Ort ist so großartig. Es gibt so viele interessante Dinge. Hey, wartet auf mich. Ziemlich cool, hm? Ich liebe Karussells. Das ist nicht schlecht. Ich mag es auch. Wahnsinn, das ist so aufregend. Bereit zum Eintauchen? Wuhu. Das ist es, wovon ich rede. Das macht so viel Spaß. Fang das, Michelle. Wir werden sehen, wer gewinnt. Du machst Witze, oder? Ich werde offensichtlich gewinnen. Hey, das ist nicht fair. Ich werde trotzdem gewinnen. Das ist großartig. So viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Oh, da bist du ja. Komm schon, lass uns gehen. Es ist Zeit für ein Abenteuer. Du wirst es lieben. Alles klar, los geht's. Ja, ich glaube, ich habe sie überschätzt. Wow. Oh wow, das ist fantastisch. Das ist zu schnell. Sie scheinen eine Menge Spaß da draußen zu haben. Jetzt lass uns rutschen. Weiter so, Softgirl. Das ist so toll. Oh mein Gott. Es gibt so viele Spielsachen. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll. Sieh mal. Das ist genau das, was wir brauchen. Oh wow, das ist fabelhaft. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier kommen die Puppen. Hier ist eine. Und diese hier. Schau, wie toll sie sind. Jetzt müssen wir ein Video für TikTok machen. Komm hier rüber. So ist es gut. Komm schon, Michelle, komm schon. So ist es gut. Noch ein bisschen mehr. Ich werde gewinnen. Oh ja, alles klar. Du hast es so gewollt. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Aber das ist nicht fair. Doch, ich sagte doch, ich bin die Beste. Nein, ich will eine Revanche. Hey, was ist hier los? Das war nicht Teil der Abmachung. In Ordnung, Michelle. Es ist Zeit, sich zu verteidigen. Du hast den Verstand verloren. Nein. Was machst du denn da? Also gut. Ich kann auch etwas tun. Mach dich nicht lächerlich. Du kannst nicht mit mir umgehen. Da hast du es. Da hast du es. Das war gar nicht so schlecht. Gut gemacht. Jetzt müssen wir diese Aufgabe erledigen. Schreib es auf. Kühe produzieren Milch. Kühe produzieren Milch. Ja, es ist okay. Wir lernen nur. So langweilig. Schöne Melodie. Es ist irgendwie ein Ohrwurm. Hey, was ist das für ein Geräusch? Arbeite einfach, Michelle. Schenke ihr keine Aufmerksamkeit. Also, wo waren wir? Was ist mit der Kuh? Magst du es nicht? Ich kann etwas Besseres machen als das. Oh, lass uns ein Konzert geben. Oh, keine Ruhe für die Bösen. Bitte sehr, Michelle. Auf diese Weise wirst du nichts hören. Lass uns weitermachen. Wow, eine echte Gitarre. Ich habe noch nie eine gesehen. Wie wäre es mit einem Rockkonzert? Wow, das ist großartig. Mädels, das ist genug. Hört auf damit. Wir müssen lernen. Was ist denn hier los? Rock on. Es ist so toll hier. Schau, wie schön die Natur ist. Das ist unglaublich. Ich liebe es zu wandern. Ich glaube, wir sind da. Gut, dass wir etwas Brot mitgebracht haben. Ja, ich könnte einen Snack gebrauchen. Nein, Michelle, das ist für die Enten. Los geht's. Das wird ein Riesenspaß. Hier, nimm die Hälfte. Ich glaube, sie sind hungrig. Wahnsinn. Ich habe noch nie so viele Enten gesehen. Ist das nicht toll? Ich wusste, du würdest es lieben. Schau sie dir an. Sie sind so süß. Alles klar, es ist Kampfzeit. Möge die beste Kämpferin gewinnen. Bist du bereit? Natürlich bin ich bereit. Stopp. Das funktioniert so nicht. Was ist denn los? Eins, zwei. Los geht's. Wer wird wohl die Erste? Das ist festlich. Mach dir keine zu großen Hoffnungen. Du wirst es nie schaffen. Das werden wir ja sehen. Das war's. Ich kann nicht mehr. Ich kriege auch nichts mehr in mich rein. Ich glaube, es ist ein Unentschieden. Das steht fest. Wie wäre es mit etwas Limonade? Nein, danke. Rein mit dir. Du musst auf deiner Geburtstagsparty fantastisch aussehen. Oh ja. Wir werden dich umwerfend aussehen lassen. Darauf kannst du dich verlassen. Das ist alles, was wir brauchen. Aber natürlich, du wirst der Star sein. Los geht's. Das Make-up muss natürlich sein. Hör nicht auf sie. Keiner wird dich so bemerken. Los geht's. Es ist vollbracht. Du siehst umwerfend aus. Jeder wird so beeindruckt sein. Oh, danke. Ich fühle mich schon wie ein Star. Hier sind die Geschenke. Alle werden es lieben. Puh. Sie ist so... Oh nein. Was haben wir nur getan? Obwohl. Sieht ziemlich kreativ aus. Fertig. Los geht's. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Wow. Ich glaube, das sind meine Eltern. Endlich. Nein. Jemand wird bald gehen müssen. Michelle. Wir haben dich so sehr vermisst. Nun hast du dein Kindermädchen gewählt? Natürlich, Mama. Du bist mein braves Mädchen. Ich hoffe, du hast die richtige Wahl getroffen. Hör nicht auf ihn, Schätzchen. Er weiß nicht, wovon er spricht. Ich wähle beide. Ihr bleibt doch bei mir, oder? Ja, natürlich. Du hättest nicht mal fragen müssen. Das ist großartig. Ich bin so froh. Und wir sind froh, dass wir dich haben. Hat dir die Geschichte über die zwei verschiedenen Babysitterinnen gefallen? Dann schreibe in die Kommentare, welche deine Favoritin ist. Die Softnanny oder die E-Girlnanny? Like dieses Video, abonniere unseren Kanal und klicke auf die Glocke. Verpasse keine neuen Videos über Babysitter auf Troom Troom Select.